Schalt die Kommentare, die seine Leute geschrieben haben, jemand hat meine Mutter beleidigt. Aber er muss auch respektieren, dass es jetzt meine Zeit ist. Ja, ich glaube, es wird wieder sehr respektvoll ablaufen, alles. Definitiv wird es für Oktagon ein wunderschöner Jahr sein. Die Skill wird getestet. Sind wir am Stissel? Ja, wir sind am Stissel. Was geht ab, meine Ring-Live- Was geht ab, Ring-Live-Gang? Schön, dass wir wieder da sind. Wir sind in Oberhausen im NH-Hotel jetzt, weil jetzt findet hier gleich die Pressekonferenz von Oktagon statt. Wir schauen uns mal ein bisschen an, was Islam, Chiat Akiba und alle anderen erzählen. Ob die heiß auf ein geiles Schlaggefecht sind morgen. Und komm, gehen wir einfach rein. Servus, Alter. Schön, dich zu sehen. Alles gut? Ja, alles gut. Gerade Pressekonferenz am Vorbereiten. Und den Konsorten hier, den greife ich jetzt erstmal an. Was war denn, drei Kilo am Handgelenk? Ja, natürlich. Los geht's zur Pressekonferenz. Jetzt bitte. Gehen wir direkt mal zur Pressekonferenz. Hallo, alle. In der Pressekonferenz vor dem Oktagon 53 in Oberhausen, Deutschland. Morgen ist es ein tolles Event vor uns. Würdest du sagen, dass das der beste Gegner deiner Karriere ist bis jetzt? Nein, nicht der beste. Ich habe schon einmal gegen einen Bräsideiner gekämpft. Cleverson Sampaio heißt er, sehr, sehr starker Mann. Er hat auch vorher nur einmal verloren gehabt. Durch den Finish. Da wurde er von einem 12-0 gefinished. So ein sehr, sehr starker Mann, der ihn auch damals besiegt hatte. Und der Zweite, der es geschafft hatte, den zu finishen. Das war ich. Wie gesagt, ich vertraue auf das, was ich kann. Und das werde ich auch morgen Abend tun. Ich bekomme hunderte Messungen. Wie, äh, mach das zu diesem Mann, mach das, mach das, mach das. Er ist so, er ist so, er ist so. Whatever. Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht lieben. Ich weiß nicht. Ich bin hier und bin hier voll von Grieken. Ich repräsentiere mein Land und alle Fans des Sportes. Nichts persönlich. Nichts persönlich. Nichts persönlich. Nichts persönlich. Ich stimme es persönlich. Ich sage euch auch warum. Also bis zur Waage war alles sportlich für mich. Dann habe ich halt die Kommentare gelesen, die seine Leute geschrieben haben. Jemand hat meine Mutter beleidigt und das hat er dann geliked. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dafür musste ich auch wieder morgen gerade machen. Weitere Frage, Ciad. Du hast gerade gesagt, der Kampf mit deinem Gegner, mit Ruschek, ist ein bisschen persönlich jetzt für dich geworden. Aber wir wissen ja, Kampfsport ist ein Sport, in dem man auch seine Emotionen ein bisschen unter Kontrolle halten muss. Hast du Sorge, dass dieser vielleicht ein bisschen Hass jetzt auf ihn, deine Fähigkeiten morgen im Ring oder im Cage ein bisschen beeinträchtigen könnte? Ja, Hass auf ihn habe ich jetzt nicht. Aber das hat mich schon geärgert. Und ich bin auch sehr wütend. Dementsprechend werde ich ihn auf jeden Fall morgen noch härter hauen. Aber das ändert nichts daran, dass ich professionell bleibe und meinen Gameplan durchziehe. Also, das ist das, was du willst, dass ich mich überrascht und mich überrascht. Nein, ich wollte nicht überrascht. Es ist nur ein Stadon. Es ist nur ein Stadon. Aber du bist sehr, sehr, sehr nah. Ich muss mich überraschen. Nein, es ist nur Sport. Es ist nur ein Stadon. Es ist nur ein Stadon, es ist nur ein Stadon. Nein, es ist nur ein Stadon. Es war ein Stadon. Ich musste mich überraschen mit meinen Augen. 明天 fühlst du es. Nicht jetzt. Nicht in einem Stadon. Aber ich fühlte es trotzdem. Okay, gut. Morgen fühlst du es zweit. Palai Logos hat ja schon gesagt, dass er sehr viele Nachrichten bekommt. Von wegen so, ja, besieg mal Islam bitte. Der ist unsympathisch. Wir haben vor kurzem auch ein Video gemeinsam gedreht und ich habe da auch die Kommentare ein bisschen gelesen. Also es scheint schon so zu sein, dass du bist ein geiler Fighter, aber sag ich mal, du bist in Deutschland noch nicht das absolute Publikumsliebling. Ist das etwas, was ein extra Feuer in dir weckt, um es den Leuten noch mal ein bisschen reinzudrücken und zu zeigen, was du für ein dominanter Fighter bist? Oder nimmst du das Ganze sehr gelassen? Bruder, ich bin hier, um der Beliebteste zu sein. Ich bin hier, um der Stärkste zu sein. Weißt du, was ich meine? Meine Aufgabe ist es nicht hier irgendwie den Leuten was vorzuspielen und irgendwie Publikumsliebling zu sein. Meine Aufgabe ist es, den Leuten die Fresse zu polieren und das mache ich jedes Mal, wenn ich in den Käfig komme. Und alles andere ist unwichtig. Weißt du? Egal, ob die mich mögen oder ob die mich hassen, die gucken alle meine Kämpfe. Weißt du, ich meine Leute, von denen ich nicht mehr weiß, dass sie existieren, gucken sich meine Videos an und diskutieren darüber, ob ich arrogant bin oder nicht. Weil es am Ende des Tages gibt mir das am Arsch vorbei, weil die Leute, die mich nicht kennen, können mich auch nicht einschätzen. Ganz einfach. Und deswegen, also ich freue mich, dass es Leute gibt, die sagen, ey verprügelt den. Weißt du, weil wenn die dann morgen enttäuscht sind, dann freue ich mich darüber. Weißt du? Es gibt ja viele Fighter, die lesen sehr viel aus dem Face-Off mit dem Gegner heraus. Du standest jetzt mit Palai Logos Auge zu Auge. Konntest du irgendwas in seinen Augen lesen? Ich brauche nichts in seinen Augen zu lesen. Ich bin schon aus dem Film raus. Wer mich heute gesehen hat auf der Waage, der hat gesehen, ich bin gelassen wie nie zuvor. Ich hatte die härteste Vorbereitung, die ich jemals hatte. Ich bin so fit wie noch nie mit ihm zuvor. Und ja, deswegen, ich bin da gelassen. Ich mache mir da 0% Sorgen. Das wird für mich so der, ich würde sagen, von allen Kämpfen der Kampf sein, wo ich am ehesten reingehen werde. Und mein Ding durchziehen werde. Ich bin der Europäische Legende. Ich bin nur Training. Das wiederum. Tomorrow, oder? Okay? Du hast gesagt, komm mal. Hey, hey, easy. Easy, man. Easy, man. Easy, man. Do you feel it? Do you feel a punch? Never like a comment where somebody is talking about my mother. You stupid asshole. How old are you? How old are you? How old are you? How you can like something like that? Hey, I'm the biggest sport, man. But if you are like this, this is back, I will fuck you up. Okay, Freunde, es war gerade ein bisschen hitzig bei der Pressekonferenz. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas passiert. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen vorher. Jetzt dadurch, was du gesagt hast, habe ich es verstanden. Also, es hat wohl jemand unter dem Oktagon-Video was Schlechtes kommentiert. Und er hat das geliked, oder wie hieß das? Richtig. Also, guck mal, wir sind Sportler hin und her. Aber ich komme von der Straße. Da kann nicht einer über meine Mutter reden. Und dann lass ich es mir gefallen, weißt du. Er hat jetzt nicht selber über meine Mutter geredet. Und da hat irgendein Fan von ihm das kommentiert. Hat mir meine Mutter beleidigt. Und dann hat er das geliked. Und da haben auch Leute darunter kommentiert. Ey, wie kannst du was liken? Was bist du für ein Sportler? Ja. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Und er meinte, wenn einer mich kommentiert, dann supporte ich ihn zurück mit einem Like. Ja, ey. Ich dachte ehrlich, so am Anfang so, ja, gehen wir auf Pressekonferenz oder gehen wir nicht auf Pressekonferenz. Hat sich gelohnt auf Pressekonferenz zu gehen. War ein bisschen hitzig, ja. Aber ich verstehe es auf jeden Fall. Ja, wenn da wirklich ein paar Beleidigungen geflogen sind, dann verstehe ich, dass da die Emotionen ein bisschen überschlagen. Mal sehen, wie die Kämpfe dann jetzt morgen werden. Ich habe sehr hohe Erwartungen an das Event. Und ich denke, dass wir auch wirklich wieder geile Fights zu sehen bekommen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch die Zuschauer zu sehen. Ich habe noch ein paar Business-Termine heute Abend vor. Business? Deswegen, ich check jetzt aus. Die Jungs gehen Videos schneiden. Und wir sehen uns morgen wieder, am Samstag, wenn es dann in Richtung Event geht.